Mein Name ist Stefan Holland-Kunz. Ich bin Chefarzt für Kinderchirurgie am UKBB. Unser Team besteht aus zwei leitenden Ärzten, fünf Oberärzten und acht Assistenzärzten. Neben hervorragender chirurgischer Arbeit sorgen wir dafür, dass sich unsere Patienten und deren Familien durch intensivste Beratung und Aufklärung vor und auch nach den Operationen bestens aufgehoben fühlen. Die Kinderchirurgische Abteilung am UKBB bietet ein breites Spektrum an Behandlungen. Wir versorgen Frühgeborene, Neugeborene und Jugendliche bis zum Alter von 18 Jahren. Neben akuten Unfällen werden unter anderem Harnwegs, Fehlbildungen, aber auch angeborene Defekte operativ behandelt.